Grundsätzlich gibt es zu sagen, dass diese Maßnahmen alle zwei Jahre an jedem Platz durchgeführt werden. Wir machen es im Wechsel zwei Plätze pro Jahr, wenn es zeitlich hinhaut. Grund dieser Maßnahme ist, die Ebenflächigkeit des Bodens, der Fläche wieder herzustellen, Fremdgräser zu beseitigen, die Wasserdurchlässigkeit wieder herzustellen, um somit unseren Mannschaften ordentliche Flächen zur Verfügung stellen zu können. Normalerweise macht man das in der Sommerpause, die ja irgendwo zwischen sieben und neun Wochen ligaabhängig in der Regel ist. Wir haben die Maßnahme jetzt vorgezogen an diesem einen Platz, um die Zeit jetzt, was man als Zwangspause jetzt mal bezeichnen kann, für unsere Mannschaften sinnvoll zu nutzen, weil es ist damit zu rechnen, dass der Spielbetrieb vielleicht länger dauert als Mitte Mai und somit die Sommerpause verkürzt sein wird. Und jetzt haben wir sechs Wochen, wo wir relativ viel arbeiten können und einen Platz schon praktisch mit der Renovation durchführen können. Ja, man muss durch die Problematik Corona, muss man jetzt sagen, unser Team wurde auch geteilt in vier Gruppen. Wir haben noch ein paar Nebenschoppler, die uns unterstützen. Die bilden zwei Gruppen und wir Festangestellte sind fünf Leute. Wir bilden auch zwei Gruppen und kommen dadurch im Wechsel. Also der Arbeitstag ist insgesamt relativ lang. Aber ansonsten halten wir uns schon an die vorgegebenen Arbeitszeiten.